So Also, heute geht's darum, Alice zu helfen Bei ihrer, bei ihrem Gerichts, äh, Zeug Tja Schauen wir mal Yay, Grinsekatze Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles Aber sagt nicht immer alles Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln Die Katze war's Katze Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang Es gibt vier Beweisstücke, es ist ein Kinderspiel, drei davon zu finden Das vierte ist schwierig Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet Können wir ihr trauen Vertrauen oder nicht vertrauen Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet Okay Da Feuer Feuer Okay So Cool Top ... Sprengen. Yeah. Sachen. Ein Zelt. Und... Atom Potion. Beweis. Okay, wir haben einen Beweis schonmal. Okay. Äh, wie springe ich nochmal? Gut. Kreis. So, ich nehme an, das ist der zweite Beweis. Ja. Stachel. Hm. Zu groß zu messen. Wunderzimmer. Wo ist denn Goofy? Woa. Okay. Gut. Geruch. Okay. Oh. Kamera. Please. Kamera please. Kamera please. Kü... Kü.. Kü... cope... ...Splitter. Sora, Abwehrkraft und Reflektor gelernt. Nice. Hm. Oh Oh Haben wir es endlich Gut So Vierter Beweis fehlt noch Finden wir bestimmt auch noch Gib mir Äther Blume Hier Hier Schönen Dank Schönen Tag Ich bin ein Schönen Tag Ich bin ein Willst du mich essen? Ich bin so lecker. Yo. Los, dreh mich. Wird's bald. Quatsch. Wie drehen? Ah, ne. Ich freue mich. Ich bin so, dass ich wieder ab persona, bin ich wieder klein. Was hat das denn jetzt gebracht? Potion. Ich habe dann auch High Potion oder Tausch, Nusses aus dem Weg, ah ja, ich habe eine Mega-Add, das gebe ich nicht her. Nö, Nuss ist wieder da, fuck, alter. Soll ich vielleicht auf den Pilzen? Ah. Drei Welpen auf einmal, nice. Da ist die Scheiße Nuss schon wieder. Aber was hat mir denn dazu geflüstert, dass ich es drehen soll? Oh. kann man denn nicht irgendwie verschieben dahinter ist schwarz sieht was so ist es ob man da durch könnte wenn man den halt irgendwie verschieben könnte vielleicht wenn ich groß bin so 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, dann muss ich wahrscheinlich einkaufen. So ein unnötiger Teil vom Spiel. 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 Oh. Ja! Was ist das? Ronald tot. Stehen wir da auf? Gut. Geh! 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 Hier drin! Oh! The fuck! Moment, ich hatte Sachen in der Truhe. Was wie? Mehr passt nicht rein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Ja, dass man das jedes Mal machen muss. Ich meine beim ersten Mal ist es gut. Aber wenn man das, wenn man zumindest einmal zum entsprechenden Planeten hingegangen ist, dann sollte man doch wenigstens die Möglichkeit haben, das Zeug zu überspringen. Und dann sind diese wirklich zuvra Latte oder nicht. Gut, ich will die. Nein, nein, nein. Ich bin wieder. Was ist das? Alter, jetzt lass die Scheißnuss in Ruhe, Alter. Ja, hau sie runter, aber... Gut. Das Spiel geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ah ja. Weil zumindest die Blume, die hier schon eine Potion gegeben hat, dass man wenigstens halt einfach, weiß nicht, bei Bedarf wieder groß werden kann. Ohne dass man der gleich noch eine Potion geben muss. Weil wenn ich, wie gesagt, wie wir es gerade gehabt haben, wenn ich... Wenn ich dann... ...verkack... ...und keine Potions mehr hab und ich eigentlich noch was hätte machen müssen hier... ...und wenn ich... ...und als ich groß war, konnte ich nicht hier hinten hin. ...konnte ich mich kaum bewegen. Daher... ...groß sein, um den Stein zu bewegen... ...ist... ...denke ich mal nicht der Fall. ...und ich kann den Ball im ganzen Sinn... ...und ich... ...und... Unnötig kompliziert. Gut. Mein Wunderzimmer. Was bringt es mir denn jetzt hier zu sein? Was ist denn hier? Was ist denn da? Da hinten ist... ...da hinten auf dem Teller...Tellerregal. Da ist glaube ich der letzte. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Alter. Warum mögen so viele Leute das Spiel nochmal? Weil, ja, weiß nicht, mir geht's auch ein bisschen auf den Sack gerade. Aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das damals, als ich es mal gespielt habe, so scheiße war. War so nervig einfach. Okay, kann ich mich nicht daran festhalten. Obwohl, ich glaube, die meisten Leute erinnern sich mehr an... ...an, äh... ...an, äh... ...sacks... ...an... ...an... ...an Kingdom Hearts 2. Kann ich die irgendwie aus dem Boden raushauen, die Dinger? Ah. Ah, ok. Gut. Gut. Ja, aber hier komme ich nicht weiter. Gut. Gut. Ich mach das. Wir haben euch schon mal raus. Ja. Ach du mal rein. Ich mach das. Ach du mal rein. Ich mach das, dass ich jetzt aber nicht zur Verfügung bin. Die Dingerleutung war. Der Weg ist nicht mehr so. Ich mache mir die Dinger. nicht mehr so hoch, oder? Ich habe ernsthaft keinen Plan, ob das an meinem Controller liegt, ob es am Emulator liegt oder ob es an dem Spiel selbst liegt, aber diagonal zu laufen ist beschissen. So, vierter Beweis, fuck off. Schaut, schaut, ihr habt es gefunden, sehr gut. Jetzt können wir Alice retten, seid euch nicht so sicher. Sie mag ja unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben. Kraft der Kälte. Okay. Okay. Da ist es einfacher, einfach geradeaus zu laufen mit der Kamera zu steuern. Also, was ist denn jetzt? Ist das schön? Ich habe Beweise. Ihr seid ihr, ich bin so rar. Ich bin Goofy und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen, auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Was soll man mit der Eisscheiß jetzt bringen? Was soll man mit der Eisscheiß jetzt bringen? Ah, okay. mal sehen welche beweise gefunden hat da vier stück sind zwar eine menge beweise aber das beeindruckt mich noch nicht karten bringt meine beweise vor die hat fünf beweis wird alle fünf beweistücke zu überprüfen wäre verlorene zeit also dann wäre eins aus das du präsentieren willst art des besweises werde ich das urteil sprechen was nach all unseren bemühungen du widersprichst dann verlierst auch du deinen kopf werde nun eine schachtel mitte dann werden wir sehen wer wer der wahre schuldige ist was dann seid ihr die schuldigen halt das stimmt nicht ihr seid alle schuldig greift sie so was es ist zwecklos wir müssen handeln kämpfen ja 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 Schnapp die euch ihr Taten! Schnapp die euch ihr Taten! Jo Eis! Was für ein Arsch! Nett den angreifen! Oh! Komm schon! Ja, die euch ihr Taten! H find Also Geil, Goofy kriegt Level ab, obwohl er nichts macht. Da ist bestimmt nicht mal alles drin, sondern die Katze. Oder auch gar keiner. Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel. Dönet den wahren Schuldigen, egal wie. Gut. Und jetzt... Erstmal speichern. Vielleicht ist jetzt der Stein weg. Oder Zwischensequenz. Oder beides. Hast du alles gesehen? Alice? Nein. Schatten. Ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang. Da entlang. Ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten. Alles durcheinander dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Kopfüber. Woa, der ist aber fett. Und jetzt noch mal wieder. Und dann noch mal wieder. Woa, der ist aber nicht gerend. Woa, der ist dann der Schatten zu lassen. Ja, der ist dann wieder ko. Na ja. Na ja. Ich habe keine Angst. Ich habe eine Tee-Party gelesen. Ich habe eine Tee-Party gelesen. Ich habe eine Tee-Party gelesen. Warum sind denn die im Bild gefangen? Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Tee! Naaah! Was ist das? Und Ronald ist schon wieder K.O. Alter. Das ist nicht heil genug. Ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Das ist direkt hinter dir alt. War ja so schwer Oh, die Lichter sind an Gleich seht ihr die Schatten Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf Ja gut, dann müssen wir in den anderen Raum wieder zurück Gibt es hier irgendwie Abkürzung oder sowas Mehr Verteidigung Keine Abkürzung Können mich alle mal So Von oben habt ihr eine bessere Übersicht Alter, willst du mich verarschen Geir Abkürzung Der Pinch. Achso, von hier oben, meint er. Die Schatten sollten bald hier sein, sei der auf das Schlimmste gefasst, wenn nicht Pech gehabt. Okay. Hm. Kann jonglieren, das ist schön. Das bringt wenig. Bringt wenig. Oh, mal halt alles. Hey, der Stuhl ist weg. Der Einzige, der hoch genug springen kann, ist Goofy. Oh. Oh. Ist das ein Big Cock dagegen? Bringt das irgendwas? Ach. Oh. 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 Hey der Stuhl ist wieder da. Ich habe keine MP mehr. Beste halt. Jetzt eventuell auch mal aufstehen, Dona. Der geht mir ein bisschen sehr auf den Sack, Alter. Jetzt trifft es nicht mal, obwohl der komplett still steht. Dona hat schon wieder K.O. Oh, ich würde so. Oh, ich würde so. Das war's für heute. Ja gut er steht von alleine auf. Könnt du mal eventuell auch noch machen. Feuer! Feuer! Jetzt bringt der mich mit nem Scheißschlag aus meinem Itemmenü raus. Was ist das? Die anderen beiden sind auch schon wieder fast kaputt. Na endlich! Ist das ein beschissener Gegner gewesen? Meine Fresse! Yay, Herz! Tschüss, Kollege. Flammenwall erhalten. Yay. So ein Lärm! Wie soll ein Türknauf da Schlaf finden? Steck's rein, los, schnell! Was war das? Habt ihr es gehört, als ob etwas geschlossen wurde? Me... ... ... ... ... ... Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navigummistein. Äh, Gummimi. Sorry. Ausgezeichnet. Du bist ein Held. Falls ihr alles sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein! Zurück zum Gummi-Chat. Wir werden ihn in anderen Welten nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt um zum Schiff zurückzukehren. Und ich bin bei einem Speicherpunkt. Schon wieder gespürt wird das jetzt schon? Ne, ach, schon wieder fast 50 Minuten. So, und jetzt? Achso. Gibt es noch mehr Welten. Mensch ... ... ... ... ... ... 2 Sterne Kann ich doch nicht direkt hinreißen? Muss ich da zuerst nach Traverse? Alter Ich kann das nicht überspringen, ey Ich kann das nicht überspringen, ey Waaah Fliegen wir halt noch zu der anderen Welt, dann speichern wir ab. Das Spiel war heute ein bisschen sehr lästig. Das Spiel war heute ein bisschen. Tatsächlich. ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herkules Ok So Speicherpunkt Hier irgendwo Mega Potion Mithril Oh, dann ist euer Los Ne, wir gucken Nicht morgen, beim nächsten Mal Mal weiter Was es hier denn so gibt und so weiter Gut Gut Und...